Ich bin ein Kakerlaken-Gesicht und ich habe hier portugiesischen McDonalds gekauft. Das ist ein portugiesischer Hamburger von diesem portugiesischen McDonalds. Das sieht irgendwie so aus. Ich werde den jetzt fressen. McDonalds ist aufgegessen. Guckt euch mal diesen Drachen hier vorne an, der hier rumläuft. Das ist ein portugiesischer Drachen. Ich habe gerade einen portugiesischen Drachen gefilmt. Wir laufen gerade durch so eine portugiesische Straße durch, wo ganz viele portugiesische Fahrzeuge und sowas drauf rumfahren. Das ist richtig wunderschön, portugiesisch, die Dreischärferungswetter. Das ist genauso wie ein Hochzimmer, so ungefähr jetzt gerade. Das sind richtig geile Temperaturen. So eine Temperatur hätte ich gerne in Deutschland. Wir haben hier einen guten Platz gefunden, wo wir ganz in Ruhe hier an diesen portugiesischen Fluss, wo hier auch springende Fische und so weiter rumspringen. Da ist auch einer vorhin irgendwie einen halben Meter hochgesprungen. Wir werden hier beim Fluss unseren Pennplatz aufbauen, weil wir werden heute hier pennen. Da drüben ist Sonnenuntergang und wir haben schon unser Schlafplatz aufgebaut. Und zwar hier drunter penne ich. Und hier vorne auf dieser hängenden Matte, da pennt der Herr Goldmann. Ich schlafe drüber. Genau, das ist unser Schlafplatz für heute.